Ich finde Kinder, ja Kinder, wer kennt sie nicht? Kinder sind allgegenwärtig wie Noahs. Und das Schöne an Kindern ist, man erkennt sie sofort, denn sie sind oft kleiner als die anderen und man kann daher schon von Weitem sehen, ach guck mal, da kommt ein Kind. Was sie noch auszeichnet, ist eine absurde Naivität. Neulich mal eine Fünfjährige gefragt, was sie von der Rentenreform hält und da habe ich gemerkt, das hat die im Ansatz schon nicht verstanden. Wenn die Kinder dann älter werden, dann wird es ganz schlimm. Ich bin kürzlich mit der U-Bahn gefahren und da stiegen drei Kinder in mein Abteil ein und das waren drei so richtige Rotzplagen. Sie kamen in mein Abteil der U-Bahn und fingen direkt an, auf den Sitzen rumzurotzen, da halt er nahm und rumzuspringen. Da haben sie einem kleinen Mädchen die Brille abgenommen und aus dem Fenster geworfen. Und das Buch mit den Pferden gleich hinterher. Das fand ich alles noch ganz witzig, aber dann kam einer von denen mit einem Messer auf mich zu und meinte, ich solle aufhören, so zu grinsen. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, das war ja gar nicht wegen euch. Ich gucke öfter so. Und dann hat der gesagt, Na gut, dann steig aber jetzt sofort aus, bevor ich mich vergesse.